Wir haben da noch was für euch und zwar hat mein lieber Mann hier im Päckchen gepackt und zwar soll das, was hier drin ist, versteigert werden. Der Erlös geht dann direkt, wie schon gesagt, zu Rock gegen Rechts e.V. Und ja, wir wollten das einfach mal, die Sendung noch ein bisschen bunt machen. Und da will ich doch mal gucken, was mein lieber Mann hier so reingepackt hat. Was haben wir denn da? Edgar Elm Pogen, eine CD. Des Weiteren. Oh, Anal-Kommando, das Herz am linken Fleck. Was ist denn hier noch Schönes? Drei Meter Feldweg. Eine ganz tolle CD. Oh, die kenne ich. Die ist auch sehr zu empfehlen. Null Punkt. Was haben wir denn da noch? Ah, Erstausgabe. Ihre neue CD. Da ist ganz schön was drin. Und weiter geht's. Ah, ich ahne es. Mein Mann hat es natürlich so gepackt, dass es sogar für ein Pärchen das richtige Geschenk wäre. Was heißt Geschenk? Also die Verlosung, äh, Versteigerung. Einmal ein T-Shirt. Anal-Kommando. Und das passende Girlie-Shirt für die Frau. Ich habe noch was ganz Tolles entdeckt in dieser Tüte. Wow. Vinyl. Dead Lettics. Und was haben wir denn da? Die Krabowski's. Auch doch mal Vinyl. Ich bin von den Socken. Aber da ist noch irgendwas. Turbo Lemons. Noch eine Single? Ja. Super. Und das Ganze könnt ihr auf unserer Seite Rockzentrale, bei Facebook, auf der Homepage, könnt ihr ersteigern. Ihr schreibt uns einfach euer Gebot und den Höchstbietesten lassen wir das dann zukommen. Und das Ganze geht dann auch direkt an den Rock gegen Rechts e.V.